Die Morgendämmerung zog langsam über die Stadt und färbte den Himmel in sanften Orangetönen, doch für Matteo, einen zehnjährigen Waisenjungen, bedeutete dieser Moment nichts anderes als den Beginn eines weiteren Überlebenskampfes. Die Straßen waren sein Zuhause, die engen Gassen, die kalten Gehwege und die dunklen Ecken der Stadt kannte er besser als jeder andere. Es war die einzige Welt, die ihm vertraut war, seit er sich an seine Eltern erinnern konnte, die von einem tragischen Unfall verschluckt worden waren. Seitdem war die Armut sein ständiger Begleiter. Matteo war allein. Jeden Tag kämpfte er darum, etwas zu essen zu finden, wühlte in den Mülltonnen, durchstöberte die Abfälle derer, die in den prächtigen Villen lebten und bettelte bei den Passanten um ein paar Münzen. Seine Kleidung war schmutzig und zerrissen, seine Schuhe so abgenutzt, dass sie kaum noch Schutz boten. Doch trotz all der Entbehrungen, trotz der kalten Nächte und hungrigen Tage brannte in seinem Herzen ein kleiner Funke Hoffnung. Jeder neue Morgen brachte ihm eine leise, hartnäckige Stimme, die ihm zuflüsterte, dass sich eines Tages alles ändern könnte. Matteo glaubte daran, dass irgendwo da draußen eine Möglichkeit auf ihn wartete, eine Chance seinem Elend zu entkommen. Dieser Gedanke hielt ihn aufrecht, wenn sein Magen schmerzte oder die Kälte seine Knochen durchdrang. Während die Stadt langsam erwachte und die Straßen sich mit Leben füllten, machte sich Matteo auf den Weg. Seine kleinen, abgemagerten Hände durchwühlten die Mülltonnen auf der Suche nach Essbaren. Manchmal fand er ein paar abgeworfene Reste, die er gierig verschlang, um den Hunger zu stillen, der ihn ständig quälte. Doch an diesem Morgen, wie an so vielen anderen, war das Wenige, was er fand, nicht genug. Trotzdem hielt er seinen Blick gerade, seinen Geist fest. Matteo wusste, dass er in dieser rauen Welt nicht schwach sein durfte. Es gab keinen Raum für Tränen oder Selbstmitleid, nur für Überleben und Hoffnung. So wanderte er weiter durch die Stadt, immer auf der Suche nach der Gelegenheit, die sein Leben verändern könnte. Immer hoffend, dass der nächste Tag vielleicht der Tag sein würde, an dem sich sein Schicksal endlich wenden würde. Während die Sonne sich langsam am Horizont erhob und ihre warmen Strahlen auf die Stadt warf, blieb Matteo nichts anderes übrig, als seinen Weg fortzusetzen. Ein Junge der Straßen, der trotz allem niemals aufgab. Es war ein kühler, grauer Morgen, als Matteo durch die engen, stillen Gassen der Stadt schlich. Er hatte gelernt, die frühen Stunden zu nutzen, bevor die Straßen von Menschen gefüllt wurden, die ihm misstrauisch aus dem Weg gingen. An diesem Tag war Matteo entschlossener als sonst. Der Hunger nagte an ihm und seine leere Tasche erinnerte ihn daran, dass er dringend etwas Wertvolles finden musste, um vielleicht eine warme Mahlzeit zu bekommen. Er wanderte durch eine abgelegene, fast vergessene Gasse, die von hohen alten Häusern umgeben war. Es war ein Ort, den die Menschen selten betraten. Genau das machte ihn für Matteo so interessant. Seine Augen durchsuchten die Umgebung mit der Präzision eines Kindes, das sein Leben lang gelernt hatte, auf das kleinste Detail zu achten. Nichts blieb unbemerkt. Plötzlich, als er eine der großen, überquellenden Mülltonnen durchstöberte, fiel sein Blick auf etwas Ungewöhnliches. Es lag halb verdeckt in einer dunklen Ecke, eine schwarze Aktentasche. Sie sah teuer aus, aus echtem Leder, abgenutzt, aber immer noch in gutem Zustand. Matthäus' Herz begann schneller zu schlagen, als er die Tasche aufhob. Seine Hände zitterten leicht, als er sie vorsichtig öffnete, in der Hoffnung, etwas Wertvolles zu finden, das er verkaufen könnte. Doch als er den Inhalt sah, war es nicht das, was er erwartet hatte. Statt Schmuck oder Geld fand er stapelweise Dokumente. Die Seiten waren dick und sauber, jede von ihnen versehen mit Siegeln und Unterschriften, die Matteo nicht ganz verstand. Doch eines war sofort klar. Diese Papiere waren wichtig. Sehr wichtig. Sein Blick wanderte über die Namen auf den Dokumenten und ein Name wiederholte sich immer wieder. Armando Gutierrez Ein Mann, von dem Matteo wusste, dass er einer der reichsten und mächtigsten Geschäftsleute der Stadt war. Matteo setzte sich auf den Boden und starrte die Dokumente an. Sein Kopf schwirrte. Was hätte er mit diesen Papieren tun können? Er wusste, dass sie von unschätzbarem Wert waren. Sie könnten ihm vielleicht das Leben bieten, von dem er immer geträumt hatte. Ein anderer an seiner Stelle hätte die Gelegenheit sofort genutzt, aber tief in seinem Inneren fühlte Matteo, dass dies nicht der Weg war, den er gehen wollte. Er konnte nicht einfach etwas behalten, das ihm nicht gehörte. Trotz all der Versuchungen und der Möglichkeiten, die diese Dokumente boten, entschied Matteo, das Richtige zu tun. Vielleicht würde ihm dieser reiche Mann, Armando Gutierrez, helfen, wenn er ihm die Papiere zurückgab. Vielleicht könnte dies die Chance sein, nach der Matteo all die Jahre gesucht hatte. Mit klopfendem Herzen und der Aktentasche fest in seinen Händen stand Matteo auf. Er wusste, dass er sich auf den Weg zu dem imposanten Herrenhaus am Stadtrand machen musste, dem Zuhause des Millionärs. Während er durch die Straßen lief, mischte sich in seiner Aufregung auch Angst. Was, wenn der Mann ihm nicht glauben würde? Was, wenn er ihn des Diebstahls beschuldigte? Doch Matteo ließ sich nicht von seinen Zweifeln aufhalten. In seinem Herzen trug er die Hoffnung, dass dieser Tag vielleicht der Anfang eines neuen Lebens sein könnte. Ein Funke der Veränderung, der sein Leben von Grund auf wandeln würde. Matteo stand vor dem imposanten Tor des Anwesens, das sich vor ihm wie eine undurchdringliche Festung auftat. Die hohen Mauern, verziert mit kunstvollen Eisengittern, schienen ihm zuzuflüstern, dass dieser Ort nichts mit einem Jungen wie ihm zu tun hatte. Das Herrenhaus von Armando Gutierrez thronte am Ende eines langen, gepflasterten Weges, umgeben von prächtigen Gärten und hohen alten Bäumen. Noch nie war Matteo so nah an einem Ort gewesen, der so viel Reichtum ausstrahlte. Sein Herz klopfte heftig, während er die schwere schwarze Aktentasche fest umklammerte. Jeder Schritt, den er in Richtung der großen Eingangstür machte, fühlte sich an, als würde er einen unsichtbaren Widerstand durchbrechen. Sein Blick wanderte über die Marmorsäulen und die goldenen Verzierungen, die die Fassade des Hauses schmückten. Es war eine Welt, die so weit von der Seinen entfernt war, dass sie fast unwirklich schien. Doch hier war er, ein Straßenjunge, der in zerrissenen Kleidern vor der Tür eines Mannes stand, dessen Vermögen sich kaum in Worte fassen ließ. Matteo schluckte, holte tief Luft und klopfte zögernd an die riesige Holztür. Die Sekunden verstrichen quälend langsam und für einen Moment dachte er, niemand würde ihm öffnen. Doch dann hörte er Schritte hinter der Tür und sie öffnete sich knarrend einen Spalt weit. Ein älterer Mann, offensichtlich der Butler des Hauses, blickte Matteo von oben bis unten an, seine Augen voller Misstrauen. »Was willst du hier, Junge?« fragte er mit einer Stimme, die mehr als deutlich machte, dass Matteo hier nicht willkommen war. Matteo, der die Aktentasche noch immer fest in den Händen hielt, holte tief Luft und versuchte, so höflich wie möglich zu klingen. »Guten Tag, Sir«, begann er mit zitternder Stimme. »Ich habe etwas Wichtiges gefunden, das Herrn Gutierrez gehört. Ich würde es ihm gerne zurückgeben.« Der Butler zog skeptisch eine Augenbraue hoch. Er musterte den Jungen genauer und sein Blick blieb an der zerlumpten Kleidung und den schmutzigen Händen hängen. »Herr Gutierrez empfängt keine Besucher ohne Ankündigung,« sagte er kühl. »Und schon gar nicht von der Straße.« Matteo spürte, wie seine Kehle trocken wurde. Für einen Moment dachte er daran, einfach zu gehen, doch dann hob er die Aktentasche, öffnete sie vorsichtig und zeigte dem Butler den Inhalt, die Eigentumsurkunden. Der alte Mann sah überrascht auf die Dokumente und für einen Moment blitzte in seinen Augen etwas auf, dass Matteo nicht deuten konnte. Ohne ein weiteres Wort nahm der Butler die Tasche an sich und schloss die Tür mit einem leisen Klicken. Matteo blieb alleine vor dem großen Herrenhaus stehen, während die Minuten vergingen. Er hatte keine Ahnung, was nun geschehen würde. Sein Herz hämmerte in seiner Brust und er fragte sich, ob er das Richtige getan hatte. Vielleicht war dies alles ein Fehler gewesen. Vielleicht würde niemand zurückkommen. Doch dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, öffnete sich die Tür erneut. Diesmal war es nicht der Butler, sondern Armando Gutierrez selbst, der im Türrahmen erschien. Der Mann war größer, als Matteo ihn sich vorgestellt hatte, seine elegante Kleidung makellos, sein Auftreten würdevoll und selbstbewusst. Doch in seinen Augen lag ein Funken Neugier, als er den Jungen musterte. Du hast also meine Dokumente gefunden? fragte Gutierrez mit einer tiefen, durchdringenden Stimme. Matteo nickte, seine Knie fühlten sich plötzlich weich an. Ja, Sir, ich habe sie in einer Gasse gefunden und wollte sicherstellen, dass sie sie zurückbekommen. Gutierrez trat einen Schritt näher, seine Augen verengten sich, als er Matteo ansah. Und was erwartest du im Gegenzug, Junge? Geld? Eine Belohnung? Seine Stimme war kühl, fast distanziert, als ob er bereits annahm, dass der Junge wie jeder andere käme, um etwas zu verlangen. Matteo spürte, wie ihm der Atem stockte. Er hatte sich auf diese Frage vorbereitet, doch jetzt, da sie gestellt wurde, fühlte er sich unsicher. Er blickte auf den Boden und sagte leise, Nein, Sir, ich will nichts. Ich wollte nur, dass Sie bekommen, was ihnen gehört. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Gutierrez betrachtete ihn schweigend und es schien, als könne er nicht glauben, was er da hörte. Der Millionär sah in Matteos Augen, suchte nach einem Zeichen von Täuschung oder Hinterlist. Doch was er fand, war die reine, aufrichtige Wahrheit. Nach einigen Sekunden der Stille veränderte sich Gutierrez' Gesichtsausdruck. Das Misstrauen wich einer leichten Überraschung und schließlich, ganz unerwartet, einem Hauch von Weichheit. Du hast mich überrascht, Junge, sagte er leise. Es gibt nicht viele, die in deiner Lage so handeln würden. Matteo spürte, wie die Spannung in seinem Körper langsam nachließ. Vielleicht war dies der Moment, auf den er gehofft hatte. Matteo stand vor dem mächtigen Armando Gutierrez, die schwarze Aktentasche fest in den Händen haltend. Sein Herz pochte so laut, dass er befürchtete, der Millionär würde es hören. Der Anblick des imposanten Mannes und des luxuriösen Anwesens ließ Matteo sich noch kleiner und unbedeutender fühlen, als er ohnehin schon war. Doch er wusste, dass er hier war, um das Richtige zu tun. Armando musterte den Jungen mit scharfen Augen. Also, du hast meine Dokumente gefunden, wiederholte er und trat einen Schritt näher. Und du hast sie mir zurückgebracht, ohne etwas dafür zu verlangen? Es lag ein klarer Zweifel in seiner Stimme, als ob er die Worte Matthäus nicht ganz fassen konnte. Er sah auf, seine Augen voller Verwunderung auf den kleinen Jungen gerichtet, der ihm alles zurückgebracht hatte, ohne etwas dafür zu erwarten. Bist du sicher, dass du nichts willst? fragte Armando noch einmal, als ob er das Verhalten des Jungen nicht fassen konnte. Es wäre doch leicht gewesen, sie zu behalten oder sie jemand anderem zu verkaufen. Matteo hielt dem Blick des Millionärs stand und sagte ruhig, aber mit fester Stimme, Nein, Sir, Sie gehören mir nicht. Ich wollte nur, dass Sie sie zurückbekommen. In diesem Moment schien sich etwas in Armando Gutierrez zu verändern. Die kalte, distanzierte Haltung, die er anfangs eingenommen hatte, begann zu schmelzen. Sein Blick wurde weicher und ein tiefes Gefühl der Bewunderung und Überraschung breitete sich in seinen Augen aus. Die Welt, in der Armando lebte, war eine harte, geschäftige Welt voller Täuschung und Gewinnstreben. Ehrlichkeit war selten und schon gar nicht von einem Jungen, der auf der Straße lebte. Es war, als würde Armando in Matteo etwas erkennen, das ihm in seiner eigenen Welt verloren gegangen war. Eine Reinheit, eine Selbstlosigkeit, die ihn tief berührte. Ohne es wirklich kontrollieren zu können, spürte er, wie ihm die Augen feucht wurden. Tränen, die er seit Jahren nicht mehr gespürt hatte, bahnten sich ihren Weg. Armando blickte zu Boden und versuchte, die aufsteigenden Emotionen in sich zu unterdrücken. Doch es war vergeblich. Die Ehrlichkeit dieses Jungen, seine Selbstlosigkeit, hatten das Herz eines Mannes berührt, der geglaubt hatte, unantastbar zu sein. All die Jahre des Erfolgs, des Reichtums, hatten Armando gelehrt, Menschen zu misstrauen, immer nach den versteckten Motiven zu suchen. Doch in Matteo gab es nichts Verstecktes, keine Hintergedanken, nur ein Herz, das das Richtige tun wollte. »Du«, begann Armando, doch seine Stimme brach. Er räusperte sich und fuhr leise fort. »Du erinnerst mich daran, dass es noch Menschen gibt, die nicht von Gier getrieben werden.« Matteo stand da, überrascht von der Reaktion des Mannes und wusste nicht, was er sagen sollte. Der Millionär, der vor ihm stand, wirkte plötzlich nicht mehr wie der unnahbare Geschäftsmann, sondern wie ein Mensch, der tief bewegt war. Armando wischte sich eine Träne von der Wange und schaute Matteo an. »Du hast etwas Unglaubliches getan, Junge«, sagte er schließlich. »Deine Ehrlichkeit. Ich habe so etwas schon lange nicht mehr gesehen.« Für einen Moment herrschte Stille zwischen den beiden, als die Last der Bedeutung dieses Augenblicks in der Luft hing. Matteo wusste nicht, was diese Worte für ihn bedeuten würden, aber er spürte, dass er etwas in diesem mächtigen Mann bewegt hatte. Die Tränen, die über Armandos Wangen flossen, sprachen Bände, mehr als jede Belohnung es je könnte. Und in diesem Moment begann sich Matthäus' Schicksal auf eine Weise zu verändern, die er sich nicht hätte erträumen können. Matteo stand vor Armando Gutierrez, überwältigt von der unerwarteten Zuneigung, die er in den Augen des Mannes sah. Es war, als hätte die Ehrlichkeit des Jungen eine Mauer durchbrochen, die den Millionär jahrelang von den echten Gefühlen anderer Menschen getrennt hatte. Armando nahm einen tiefen Atemzug, versuchte, seine Emotionen zu ordnen und sah den kleinen, zerlumpten Jungen vor sich mit einem neuen Blick, einem Blick, der nicht nur Mitleid, sondern auch Bewunderung enthielt. Komm mit mir, Junge, sagte Armando leise und für einen Moment zögerte Matteo, unsicher, was nun folgen würde. Armando öffnete die große Tür weiter und bedeutete ihm, einzutreten. Matteo, der noch nie in einem so prächtigen Haus gewesen war, setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen und folgte dem Millionär in das riesige Foyer. Der Marmorboden glänzte und die hohen Decken wirkten fast unwirklich. Es war eine völlig andere Welt als die Straßen, die Matteo kannte. Eine Welt voller Wärme und Sicherheit. Armando führte Matteo in einen großen, eleganten Speisesaal, in dem ein langer Tisch stand, der für mindestens ein Dutzend Menschen Platz bot. Der Geruch von frisch gekochtem Essen lag in der Luft und Matteos Magen knurrte leise, obwohl er versuchte, es zu unterdrücken. Armando lächelte leicht, als er das hörte. Setz dich, sagte er freundlich. Du musst hungrig sein. Matteo zögerte, doch der einladende Blick des Millionärs nahm ihm die Angst und er setzte sich vorsichtig auf einen der Stühle. Kurz darauf wurde ihm ein Teller mit warmem Essen gebracht, ein Anblick, der ihn fast sprachlos machte. Es war so lange her, dass er eine richtige Mahlzeit hatte, dass er sich kaum erinnern konnte, wie es sich anfühlte, satt zu sein. Während Matteo vorsichtig zu essen begann, setzte sich Armando ihm gegenüber und beobachtete ihn still. Der Junge wirkte erschöpft, nicht nur von der körperlichen Anstrengung des Lebens auf der Straße, sondern auch emotional. Es war nicht nur Hunger, der ihn plagte, es war die Einsamkeit, das Fehlen eines Zuhauses, einer Familie. Wie lange lebst du schon auf der Straße? fragte Armando plötzlich, seine Stimme sanft, aber interessiert. Matteo hob den Kopf und schluckte schwer. Seit ich mich erinnern kann, antwortete er leise. Meine Eltern sind nicht mehr da, ich musste allein zurechtkommen. Seine Augen wanderten zum Boden und für einen Moment schien er in Gedanken verloren zu sein, vielleicht an die wenigen glücklichen Erinnerungen, die er an seine Familie hatte. Armando nickte nachdenklich. Er sah in den Jungen nicht nur einen, der materiell arm war, sondern jemanden, der das Wichtigste im Leben verloren hatte, die Geborgenheit und Liebe einer Familie. In diesem Augenblick wurde ihm klar, dass es nicht Geld oder Reichtum war, was Matteo brauchte. Es war etwas viel Tieferes. Weißt du, Matteo, begann Armando nach einer langen Pause, ich habe in meinem Leben viele Menschen kommen und gehen sehen. Die meisten wollten immer nur etwas von mir. Geld, Einfluss, Macht. Aber du... Er hielt inne und schaute den Jungen eindringlich an. Du hast nichts gefordert, obwohl du es leicht hättest tun können. Deine Ehrlichkeit hat mich zutiefst beeindruckt. Matteo sah auf, unsicher, wohin diese Worte führen würden. Er hatte keine Ahnung, was der Millionär vorhatte, doch seine Worte klangen so anders als alles, was Matteo je gehört hatte. Ich möchte dir etwas anbieten, fuhr Armando fort. Etwas, das ich selten jemandem anbiete. Ich habe gesehen, wie viel du durchgemacht hast und ich weiß, dass es nicht leicht ist, auf der Straße zu überleben. Er hielt inne und sah Matteo tief in die Augen. Ich möchte, dass du hier bei mir bleibst. Matteo erstarrte. Die Worte klangen wie ein Traum, den er nie zu träumen gewagt hätte. Bei dir bleiben? flüsterte er kaum fähig, den Gedanken zu fassen. Armando nickte ernst. Ja, ich möchte, dass du hier lebst, nicht nur für eine Nacht oder eine Woche. Ich möchte, dass du Teil meiner Familie wirst. Ich habe viel Geld, ein großes Haus, aber keine Kinder, keine Familie. Vielleicht, vielleicht können wir beide das ändern. Matteo konnte kaum atmen. Tränen stiegen in seine Augen, doch er kämpfte darum, sie zurückzuhalten. Die Idee, dass er nicht mehr auf der Straße leben müsste, dass er ein Zuhause und jemanden hätte, der sich um ihn kümmerte, schien zu schön, um wahr zu sein. Aber warum? brachte er schließlich hervor. Warum würdest du das für mich tun? Armando lehnte sich zurück, ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Weil du mir gezeigt hast, dass es im Leben mehr gibt, als nur Reichtum. Deine Ehrlichkeit und dein Mut haben mich daran erinnert, was wirklich zählt. Du hast mir mehr gegeben, als du ahnst und jetzt möchte ich dir etwas zurückgeben. Ein Zuhause, eine Familie. Matteo konnte seine Tränen nicht länger zurückhalten. Sie flossen über seine Wangen, während er versuchte, die überwältigende Flut der Gefühle zu verstehen, die ihn durchströmte. Ohne ein weiteres Wort stand er auf und warf sich in die Arme von Armando, der ihn fest umarmte, als ob er genau wüsste, wie viel dieser Moment für den Jungen bedeutete. Danke, schluchzte Matteo leise. Danke, dass du mir eine Chance gibst. Nenn mich Armando, sagte der Millionär sanft und streichelte Matthäus Kopf. Und du hast nichts zu danken, mein Junge. Von heute an bist du Teil meiner Familie. Als Matteo zum ersten Mal sein neues Zimmer betrat, konnte er kaum glauben, dass es wirklich ihm gehören sollte. Der weiche Teppich unter seinen Füßen, das riesige Bett mit den flauschigen Kissen und die sanften Sonnenstrahlen, die durch die hohen Fenster fielen, waren so fern von dem Leben, das er bisher geführt hatte. Die harten Gehwege, die kalten Nächte und das ständige Gefühl von Hunger und Einsamkeit schienen in einem Augenblick so weit entfernt. Matteo ließ sich vorsichtig auf das Bett sinken, unsicher, ob er es wirklich wagen konnte, sich in diesem unglaublichen Luxus niederzulassen. Die Matratze war weich, so weich, dass er fast nicht glauben konnte, dass sie echt war. Er legte sich vorsichtig hin und spürte, wie sein Körper sich das erste Mal seit Jahren wirklich entspannte. Zum ersten Mal musste er nicht um seine Sicherheit oder um einen Platz zum Schlafen kämpfen, dies war sein neues Leben. Armando, der all dies still beobachtet hatte, trat näher und setzte sich an die Bettkante. Gewöhn dich ruhig an all das, Junge, es gehört jetzt dir, sagte er mit einer Wärme in seiner Stimme, die Matteo tief berührte. Von diesem Tag an veränderte sich alles. Armando kümmerte sich nicht nur um Matthäus physische Bedürfnisse, sondern auch um seine Bildung und sein Wohlbefinden. Er ließ neue Kleidung für Matteo anfertigen, weiche Stoffe, die so anders waren als die abgetragenen Lumpen, die er auf der Straße getragen hatte. Mit jedem neuen Kleidungsstück fühlte sich Matteo ein Stück mehr wie jemand, der nicht mehr in der rauen Welt der Straße lebte, sondern nun zu einer anderen, besseren Welt gehörte. Doch Armando wusste, dass Matteo nicht nur materielle Dinge brauchte, um ein neues Leben zu beginnen. Er wollte, dass der Junge eine richtige Ausbildung erhielt, etwas, das ihm eine Zukunft eröffnen würde. Matteo wurde an einer angesehenen Privatschule angemeldet und obwohl er anfangs nervös war, nahm er diese neue Herausforderung mit derselben Entschlossenheit an, mit der er auf den Straßen überlebt hatte. Die ersten Tage in der Schule waren schwer für Matteo. Die anderen Kinder kamen aus wohlhabenden Familien, sie hatten nie Hunger gelitten oder um ihr Überleben gekämpft. Sie wussten nicht, wie es war, in der Kälte zu schlafen oder sich nach einem einzigen Stück Brot zu sehnen. Matteo fühlte sich oft wie ein Außenseiter und die Unsicherheit fraß an ihm. Doch Armando stand ihm stets zur Seite und ermutigte ihn, durchzuhalten. Es wird nicht leicht, Matteo, hatte Armando ihm gesagt, als er ihn an seinem ersten Schultag verabschiedete. Aber du hast schon mehr Härte und Mut gezeigt als die meisten Menschen in einem ganzen Leben. Du schaffst das. Und Matteo schaffte es. Mit der Zeit gewöhnte er sich an den Schulalltag, fand Freunde und begann in seinen Klassen aufzublühen. Die Lehrer waren beeindruckt von seinem Wissensdurst und seiner Entschlossenheit zu lernen. Für Matteo war die Schule nicht nur eine Möglichkeit, sich zu bilden. Es war ein Weg, das Leben zu erreichen, von dem er immer geträumt hatte. In den stillen Stunden am Abend, wenn Matteo von der Schule nach Hause kam, verbrachten er und Armando Zeit miteinander. Armando war mehr als nur ein großzügiger Gastgeber geworden. Er war zu einer Vaterfigur für Matteo geworden. Die Gespräche, die sie führten, ob beim Abendessen oder bei einem Spaziergang durch die weitläufigen Gärten des Anwesens, vertieften ihre Beziehung. Armando interessierte sich wirklich für das, was Matteo dachte, fühlte und träumte. Du bist wie ein Sohn für mich geworden, sagte Armando eines Abends, als sie am Kamin saßen und das Feuer leise knisterte. Ich wusste nicht, wie sehr ich jemanden wie dich in meinem Leben gebraucht habe, bis du an meine Tür geklopft hast. Matteo spürte, wie sich in ihm eine Wärme ausbreitete, die nichts mit dem Feuer vor ihm zu tun hatte. Er hatte nie geglaubt, dass er jemals wieder Teil einer Familie sein könnte, doch hier war er, in einem Zuhause, das ihm mehr Geborgenheit gab, als er sich je erträumt hatte. Langsam, aber sicher, baute sich eine tiefe Vater-Sohn-Beziehung zwischen ihnen auf. Armando war nicht nur ein Mentor, sondern auch jemand, der Matteo bedingungslos annahm und ihm zeigte, dass er geliebt wurde. Nicht für das, was er hatte oder konnte, sondern einfach, weil er er selbst war. Matteo lernte, Vertrauen zu fassen, sich zu öffnen und die Liebe zuzulassen, die ihm so lange gefehlt hatte. Die kalten Nächte auf der Straße und die Härte des Überlebens verblassten allmählich in seiner Erinnerung. Nun war da etwas anderes, eine Zukunft voller Hoffnung, Liebe und Möglichkeiten. Die Jahre vergingen und aus dem kleinen, schüchternen Jungen, der einst auf den Straßen der Stadt gelebt hatte, wurde ein intelligenter und zielstrebiger junger Mann. Matteo hatte sich in seinem neuen Leben nicht nur eingelebt, er hatte es in vollen Zügen genutzt. Die Schuljahre vergingen schnell und mit jeder neuen Lektion, jedem neuen Buch und jeder neuen Erfahrung wuchs Matteos Wissen und Selbstbewusstsein. Armando war mehr als nur ein liebevoller Vater für ihn geworden. Er war Matteos größter Unterstützer und Mentor, jemand, der immer da war, um ihn zu ermutigen und ihn zu lehren, die Welt mit offenen Augen zu sehen. Die unzähligen Gespräche, die sie führten über Wirtschaft, Philosophie, Geschichte und das Leben, formten Matteo und gaben ihm die Werkzeuge, um seinen eigenen Weg zu finden. Matteo hatte eine Leidenschaft für Lernen entwickelt, die seine Lehrer beeindruckte. Er war in seinen Klassen einer der Besten, doch was ihn wirklich auszeichnete, war seine tiefe Dankbarkeit für die Chancen, die ihm gegeben worden waren. Er wusste, dass er ohne Armando nie die Möglichkeit gehabt hätte, ein so erfülltes und vielversprechendes Leben zu führen. Diese Dankbarkeit trieb ihn an, härter zu arbeiten, sich neuen Herausforderungen zu stellen und seine eigenen Träume zu verfolgen. Eines Abends, als sie beide nach dem Abendessen im Arbeitszimmer saßen, wandte sich Armando an ihn. Matteo, begann er, während er ein Glas Wein schwenkte, Du hast in den letzten Jahren so viel erreicht. Du bist ein außergewöhnlicher, junger Mann geworden. Matteo errötete leicht, immer noch nicht ganz daran gewöhnt, solch lobende Worte zu hören. Das habe ich nur dir zu verdanken, antwortete er leise. Ohne dich wäre ich nie hier. Armando lächelte sanft. Vielleicht habe ich dir geholfen, aber alles, was du erreicht hast, hast du dir selbst erarbeitet. Du hast die Welt mit so viel Mut und Entschlossenheit angenommen, dass ich nur noch staunen kann. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Diese Worte bedeuteten Matteo mehr, als er ausdrücken konnte. Armando war für ihn nicht nur der Mann, der ihm ein Dach über dem Kopf gegeben hatte. Er war der Vater, den Matteo immer gebraucht hatte. Jemand, der nicht nur für ihn sorgte, sondern ihn auch ermutigte, das Beste aus sich selbst zu machen. In den letzten Jahren hatte Matteo begonnen, sich Gedanken über seine eigene Zukunft zu machen. Er wollte nicht nur ein Teil des Lebens von Armando sein, sondern auch seinen eigenen Weg finden. Immer häufiger sprach er davon, wie er anderen helfen wollte, die sich in einer ähnlichen Situation befanden, wie er damals. Er wusste, dass es viele Kinder gab, die auf der Straße lebten, ohne Familie, ohne Hoffnung. Und er wollte ihnen die gleichen Chancen geben, die er bekommen hatte. Ich möchte etwas zurückgeben, sagte Matteo eines Abends entschlossen. Ich habe so viel von dir bekommen, Armando. Und ich möchte, dass andere Kinder die gleiche Möglichkeit haben. Ich will etwas gründen, das ihnen hilft, eine Stiftung oder etwas Ähnliches. Etwas, das ihnen die Chance gibt, die ich hatte. Armando sah ihn mit stolzen Augen an. Das ist ein wunderbarer Plan, Matteo, sagte er sanft. Und ich werde dich dabei unterstützen, wo immer ich kann. Du meinst das wirklich? fragte Matteo, überrascht von der sofortigen Zustimmung. Natürlich, antwortete Armando mit einem leichten Lächeln. Ich habe dir einmal gesagt, dass du wie ein Sohn für mich bist. Und das meine ich auch so. Dein Erfolg ist auch meiner. Wenn das dein Traum ist, dann werde ich alles tun, um dir zu helfen, ihn zu verwirklichen. In diesem Moment wurde Matteo klar, dass sein Traum, etwas, das ihm jahrelang unerreichbar erschienen war, tatsächlich Wirklichkeit werden konnte. Mit Armandos Unterstützung an seiner Seite fühlte er sich, als könnte er alles erreichen. Die Idee, anderen zu helfen, sie aus der Dunkelheit zu holen, in der er einst gewesen war, erfüllte ihn mit einem tiefen Sinn. In den kommenden Monaten begann Matteo, seine Vision weiterzuentwickeln. Er und Armando arbeiteten Seite an Seite, um die Details für die Stiftung auszuarbeiten, die Matteo gründen wollte. Sie wollten nicht nur Geld sammeln, sondern auch Programme entwickeln, die Kindern und Jugendlichen echte Chancen auf Bildung und ein besseres Leben geben sollten. Jeder Tag brachte neue Herausforderungen, aber Matteo war entschlossen, seinen Traum zu verwirklichen. Mit Armandos Unterstützung fühlte er sich stark und bereit, alles zu tun, um die Welt für andere besser zu machen. Die enge Beziehung, die zwischen Matteo und Armando gewachsen war, wurde mit jedem Schritt tiefer. Es war nicht nur eine Partnerschaft im Geschäftlichen, sondern eine Bindung, die auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und bedingungsloser Liebe beruhte. Armando war nicht mehr nur der Mann, der ihm das Leben gerettet hatte. Er war sein Vater, seine größte Stütze, sein Mentor und Freund. Und für Matteo war klar, mit Armando an seiner Seite konnte er jeden Traum wahr werden lassen. Die Matteo-Stiftung war nicht nur eine Idee, sie war das Ergebnis von Jahren des Nachdenkens, Träumens und Planens. Matteo und Armando arbeiteten monatelang unermüdlich daran, ihre Vision in die Realität umzusetzen. Die Gründung der Stiftung sollte nicht nur eine Form der Rückzahlung sein, sondern eine Möglichkeit, benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine Chance auf ein besseres Leben zu geben. Eine Chance, die Matteo selbst einmal erhalten hatte. Matteo erinnerte sich noch gut an die Tage, an denen er selbst ohne Hoffnung und ohne Zuhause auf den Straßen lebte. Doch jetzt, dank Armandos unerschütterlicher Unterstützung, wollte er sicherstellen, dass kein Kind mehr das durchmachen musste, was er erlebt hatte. Die Matteo-Stiftung sollte diesen Kindern eine Perspektive bieten, ihnen Zugang zu Bildung, Unterstützung und einer besseren Zukunft ermöglichen. Als die Stiftung offiziell ins Leben gerufen wurde, fühlte sich Matteo als wäre ein Traum wahr geworden. Die Eröffnung fand in einem eleganten Veranstaltungssaal statt, mit Vertretern der Stadt, lokalen Geschäftsleuten und Freunden der Familie, die alle gekommen waren, um den Beginn dieser neuen Ära zu feiern. Armando stand stolz an Matteos Seite, als er die Eröffnungsrede hielt. In seinen Augen war nicht nur Stolz, sondern auch die Gewissheit, dass dies der Beginn von etwas Großem war. Als ich selbst noch ein Kind war, begann Matteo mit zitternder Stimme vor der versammelten Menge. Wusste ich, wie es ist, ohne Hoffnung zu leben. Doch dann begegnete ich jemandem, der mir eine zweite Chance gab. Heute stehe ich hier, um diese Chance weiterzugeben. Die Matteo-Stiftung soll Kindern helfen, die wie ich einst keine Familie, keine Bildung und keine Zukunft hatten. Wir wollen ihnen die Türen öffnen, die ihnen bisher verschlossen waren, und ihnen die Unterstützung geben, die sie verdienen. Die Worte hatten tiefen Eindruck hinterlassen. Der Applaus war überwältigend. Doch für Matteo bedeutete das wahre Glück nicht der Beifall des Publikums, sondern die Gewissheit, dass die Stiftung wirklich einen Unterschied machen würde. Armando klopfte ihm sanft auf die Schulter und lächelte. Du hast etwas Großes geschaffen, mein Sohn, flüsterte er stolz. Das hier ist erst der Anfang. Von diesem Tag an wuchs die Matteo-Stiftung stetig. Sie begann mit kleinen Projekten, der Unterstützung von Kindern, die keinen Zugang zur Schule hatten, und der Bereitstellung von Stipendien für Jugendliche, die sich höhere Bildung nicht leisten konnten. Doch bald wurden die Projekte größer und ambitionierter. Es wurden Gemeindezentren errichtet, in denen Kinder nicht nur lernen, sondern auch spielen und sich sicher fühlen konnten. Schulprogramme, Berufstrainings und Mentorenprogramme wurden ins Leben gerufen, um den Jugendlichen eine klare Perspektive zu bieten. Matteo widmete sich voll und ganz der Arbeit in der Stiftung. Er besuchte regelmäßig die Gemeindezentren, sprach mit den Kindern, hörte ihre Geschichten und lernte sie kennen. Es war ihm wichtig, dass die Stiftung nicht nur Geld bereitstellte, sondern echte menschliche Verbindungen schuf. Die Kinder sollten wissen, dass sie nicht alleine waren. Armando war stets an seiner Seite, im Hintergrund arbeitend, doch immer präsent. Er nutzte seine geschäftlichen Kontakte, um Spenden zu sammeln und die Stiftung weiter auszubauen. Auch wenn er nicht mehr die Hauptrolle spielte, war er stolz auf das, was Matteo erreicht hatte. Jeder Schritt, den die Stiftung machte, war auch ein Schritt, den Armando mitging, nicht als dominanter Geschäftsmann, sondern als Mentor und Vater, der Matteo unterstützte, wo immer er konnte. Mit der Zeit wuchs der Einfluss der Matteo-Stiftung über die Stadtgrenzen hinaus. Sie wurde zu einem Symbol der Hoffnung für viele Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kamen. Matteo war zu einem Vorbild für junge Menschen geworden, nicht nur wegen seiner Erfolge, sondern auch wegen seiner Demut und der tiefen Verbindung zu den Menschen, denen er half. Er wusste genau, wie es war, in ihrer Lage zu sein und das gab ihm eine besondere Fähigkeit, mit ihnen auf Augenhöhe zu sprechen. Eines Abends, als Matteo nach einem langen Tag in der Stiftung nach Hause kam, saßen er und Armando zusammen im Wohnzimmer und ließen den Tag Revue passieren. Armando, der auf seinen Sessel gelehnt saß, sah Matteo mit einem stolzen, aber auch nachdenklichen Blick an. Weißt du, Matteo, sagte er schließlich, du hast etwas geschafft, das weit über das hinausgeht, was ich jemals erwartet hätte. Du hast nicht nur die Chancen genutzt, die ich dir gegeben habe, sondern du hast sie in etwas viel Größeres verwandelt. Diese Stiftung verändert das Leben von so vielen Menschen und das alles, weil du nie aufgehört hast, an das Gute zu glauben. Matteo lächelte dankbar, wusste aber, dass er ohne Armando niemals an diesem Punkt in seinem Leben gewesen wäre. Das alles wäre ohne dich nicht möglich gewesen, antwortete er leise. Du hast mir den Weg gezeigt. Armando schüttelte sanft den Kopf. Ich habe dir nur die Werkzeuge gegeben, aber du hast das Haus gebaut, Matteo, und das Haus, das du errichtet hast, ist ein Zuhause für so viele geworden. In diesem Moment wurde beiden klar, dass die Matteo-Stiftung nicht nur eine Organisation war, sondern ein Vermächtnis, das sie gemeinsam geschaffen hatten, eine Brücke zwischen zwei Welten, die ihnen beiden so viel bedeutete. Für Armando war es die Erfüllung eines Lebens, das früher nur auf Reichtum und Erfolg ausgerichtet war, doch jetzt von Liebe und Hingabe geprägt wurde. Für Matteo war es der Beweis, dass selbst der dunkelste Weg am Ende ins Licht führen konnte, wenn man bereit war, an sich und an andere zu glauben. Die Matteo-Stiftung wuchs weiter und berührte das Leben von Hunderten, vielleicht Tausenden von Kindern und Jugendlichen. Armando und Matteo standen dabei immer fest zusammen als Vater und Sohn, als Partner und als Hoffnungsträger für all jene, die wie Matteo einst auf der Suche nach einem besseren Leben waren. Die Aula war erfüllt von gespannter Vorfreude, als der Abschluss der Absolventen feierlich eingeläutet wurde. Matteo stand unter den anderen, in seinem akademischen Gewand und mit einem stolzen, aber auch demütigen Lächeln auf den Lippen. Dies war der Höhepunkt eines langen Weges, eines Weges, der so unvorstellbar begonnen hatte, auf den kalten Straßen der Stadt, ohne Familie, ohne Hoffnung. Doch jetzt war alles anders. Matteo, der einst um sein Überleben kämpfen musste, war nun ein erfolgreicher junger Mann mit einer glänzenden Zukunft. Um ihn herum waren nicht nur Kommilitonen, sondern auch Freunde, Menschen, die ihn für seine Intelligenz, seine Herzensgüte und seine Entschlossenheit respektierten. Sein Abschluss bedeutete nicht nur das Ende seines Studiums, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels, eines Kapitels, in dem er noch mehr Leben verändern würde. Im Publikum saß Armando, der Matteo stolz und gerührt beobachtete. Sein Blick folgte jeder Bewegung seines Sohnes, und sein Herz war schwer vor Freude und Emotionen. Er erinnerte sich an den Tag, an dem Matteo mit der schwarzen Aktentasche an seine Tür geklopft hatte, ein verängstigter und unsicherer Junge. Wer hätte damals ahnen können, dass dieser Moment der Beginn von etwas so Großem und Bedeutendem sein würde? Als Matthäus' Name aufgerufen wurde, um seinen Abschluss entgegenzunehmen, sprang Armando auf und applaudierte lautstark. Tränen stiegen ihm in die Augen, während er zusah, wie sein Sohn mit einem strahlenden Lächeln die Bühne betrat. In diesem Moment konnte Armando seine Gefühle nicht länger zurückhalten. Der Stolz, der in ihm aufstieg, war überwältigend. Der Junge, den er einst in sein Haus und in sein Herz aufgenommen hatte, war nun ein Mann geworden. Ein Mann mit einer Vision und einem Herzen voller Mitgefühl. Matteo nahm das Diplom entgegen und als er den Blick hob, sah er direkt zu Armando. Ihr Blick traf sich und ohne Worte wussten sie beide, was dieser Moment bedeutete. Es war mehr als nur ein akademischer Erfolg. Es war das Ergebnis all der Liebe, des Vertrauens und der Unterstützung, die sie einander gegeben hatten. Nach der Zeremonie fand sich Matteo inmitten von Gratulanten wieder, doch er suchte nur nach einer Person, Armando. Als er ihn schließlich fand, standen die beiden sich gegenüber, umgeben von all den feiernden Menschen, doch in diesem Moment schien die Welt um sie herum still zu stehen. Du hast es geschafft, mein Sohn, sagte Armando mit zitternder Stimme, während er Matteo in die Arme schloss. Ich bin so stolz auf dich. Matteo, der ebenfalls mit den Tränen kämpfte, erwiderte die Umarmung fest. Das habe ich nur wegen dir geschafft, sagte er leise. Ohne dich wäre ich nicht hier. Es war ein Moment der Reflexion und des Friedens. Der Frieden, der aus harter Arbeit, Liebe und einem gemeinsamen Traum entstanden war. Ich habe dir das nie gesagt, begann Matteo schließlich leise. Aber du hast mein Leben verändert. Du hast mir nicht nur ein Zuhause gegeben, sondern auch eine Familie, eine Zukunft, einen Sinn. Ich weiß nicht, wie ich dir jemals genug dafür danken kann. Armando drehte sich zu ihm um, seine Augen glänzten vor Rührung. Du musst mir nicht danken, Matteo. Du hast mir genauso viel gegeben. Du hast mich daran erinnert, was im Leben wirklich zählt. Du hast mir gezeigt, was es heißt, eine Familie zu haben. Matteo lächelte dankbar und in diesem Moment spürte er, dass alles, was sie gemeinsam durchgemacht hatten, sie zu dem gemacht hatte, was sie heute waren. Vater und Sohn, vereint durch Liebe, Vertrauen und die unermüdliche Hoffnung auf eine bessere Zukunft. An diesem Abend feierten sie nicht nur einen Abschluss, sondern auch die Reise, die sie zusammen angetreten hatten. Eine Reise, die mit einem einfachen Klopfen an einer Tür begonnen hatte, aber in etwas Wundervollem und Dauerhaftem mündete. Die Jahre vergingen und die Matteo-Stiftung wuchs stetig. Was einst als kleiner Funke der Hoffnung begonnen hatte, war zu einer großen Bewegung geworden, die das Leben unzähliger junger Menschen veränderte. Matteo und Armando hatten etwas geschaffen, das weit über ihre kühnsten Träume hinausging. Die Stiftung war mehr als nur eine Organisation. Sie war ein Leuchtturm für jene, die sich in der Dunkelheit des Lebens verloren hatten, ein Zufluchtsort für Kinder, die das Schicksal auf die Straße geworfen hatte. Matteo hatte seinen Platz als Leiter der Stiftung gefunden, seine Energie und sein Herz ganz der Arbeit gewidmet. Jedes Mal, wenn er ein neues Kind in einem der Gemeindezentren begrüßte oder das Lächeln auf den Gesichtern derjenigen sah, denen sie geholfen hatten, wusste er, dass ihre Arbeit einen echten Unterschied machte. Er erinnerte sich noch gut an seine eigene Kindheit und das trieb ihn an, immer mehr für diese Kinder zu tun, ihnen die Hoffnung und die Möglichkeiten zu geben, die ihm einst von Armando geschenkt worden waren. Armando, mittlerweile älter, aber nicht minder engagiert, arbeitete weiterhin eng mit Matteo zusammen. Er war vielleicht nicht mehr der dominante Geschäftsmann von früher, aber seine Weisheit und seine Erfahrung, waren für die Stiftung von unschätzbarem Wert. Er genoss es, im Hintergrund zu arbeiten, die Strukturen und Netzwerke aufzubauen, die die Stiftung weiter wachsen ließen. Doch was ihn am meisten erfüllte, war zu sehen, wie Matteo aufblühte, wie aus dem verängstigten Jungen, der einst an seine Tür geklopft hatte, ein starker und mitfühlender Mann geworden war. Eines Abends saßen sie zusammen in Armandos Arbeitszimmer, eine Tasse Tee in der Hand, während sie die Pläne für ein neues Projekt besprachen. Die Matteo-Stiftung plante, ein landesweites Bildungsprogramm zu starten, das Kindern nicht nur Schulbildung, sondern auch praktische Fähigkeiten vermitteln sollte, die sie auf ein selbstbestimmtes Leben vorbereiteten. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen würden, sagte Armando und lehnte sich zurück. Sein Blick ruhte auf Matteo, voller Stolz und Bewunderung. Was wir geschaffen haben, ist etwas wirklich Großes. Und das ist alles dein Verdienst. Matteo schüttelte den Kopf und lächelte. Das haben wir zusammen geschafft, Armando. Du hast mir den Weg gezeigt, mir das Vertrauen gegeben und mir immer den Rücken gestärkt. Ohne dich wäre all das hier nicht möglich gewesen. Armando nickte, aber er wusste, dass Matteo etwas geschaffen hatte, das weit über seine eigenen Fähigkeiten hinausging. Es war Matthäus Herz, seine Leidenschaft, die die Stiftung so erfolgreich gemacht hatte. Vielleicht, sagte er leise, aber du bist derjenige, der den Funken in etwas so Großes verwandelt hat. Ihre Beziehung war über die Jahre hinweg nur stärker geworden. Es war eine Bindung, die auf gegenseitigem Respekt, Liebe und einem tiefen Verständnis füreinander beruhte. Sie hatten beide voneinander gelernt, hatten Höhen und Tiefen zusammen gemeistert, und gemeinsam hatten sie etwas geschaffen, das größer war als sie selbst. Weißt du, Armando, begann Matteo nach einer Weile des Schweigens. Manchmal denke ich daran, wie alles angefangen hat, damals, als ich noch ein Straßenjunge war und an deine Tür geklopft habe. Es ist verrückt, wie sich das Leben verändern kann. Hättest du mich nicht hereingelassen? Seine Stimme brach leicht, als er an die ungewisse Zukunft dachte, die ihn erwartet hätte. Armando legte ihm eine Hand auf die Schulter. Matteo, du hast an meine Tür geklopft, weil du das Richtige tun wolltest. Du hattest den Mut, deine Ehrlichkeit zu bewahren, und das ist es, was dich hierher gebracht hat. Nicht ich, sondern dein Herz hat dich gerettet. Matteo lächelte und nickte, dankbar für die Worte. Vielleicht hast du recht, sagte er, aber ohne dich hätte ich es nie geschafft, so vielen anderen zu helfen. Gemeinsam haben wir etwas aufgebaut, das bleiben wird, selbst wenn wir irgendwann nicht mehr hier sind. Armando blickte ihn nachdenklich an. Das ist es, was ich mir immer gewünscht habe, etwas zu hinterlassen, das mehr wert ist als alles Geld dieser Welt, etwas, das Leben verändert, das eine Spur hinterlässt. Die beiden saßen noch lange zusammen und redeten über die Zukunft, über die Kinder, die sie noch erreichen wollten, und über die vielen Projekte, die sie planten. Sie wussten, dass ihre Arbeit niemals abgeschlossen sein würde. Doch sie waren bereit, jeden Tag weiterzumachen, jeden Tag etwas Neues zu schaffen, um die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Mit der Zeit erweiterte sich die Matteo-Stiftung weiter. Sie erreichte nicht mehr nur die Stadt, sondern ganze Regionen, half Kindern, Jugendlichen und ihren Familien, einen Weg aus der Armut und Hoffnungslosigkeit zu finden. Bildung, Mentoring-Programme, psychologische Unterstützung, all das bot die Stiftung an, und sie war zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Gemeinschaft geworden. Doch für Matteo und Armando ging es nie um Ruhm oder Anerkennung. Es ging ihnen immer um die Menschen, denen sie halfen, und um die Beziehungen, die sie aufbauten. Es war ein Vermächtnis, das auf Liebe, Mitgefühl und der festen Überzeugung beruhte, dass jeder Mensch die Chance auf ein besseres Leben verdient hatte. Eines Tages, als Matteo durch eines der Gemeindezentren ging und den Kindern beim Lernen zusah, spürte er eine tiefe Zufriedenheit. Diese Kinder, die einst genauso verzweifelt und verloren gewesen waren wie er, hatten nun eine Zukunft. Sie lachten, lernten und träumten, und er wusste, dass dies alles dank der Arbeit, die er und Armando geleistet hatten, möglich war. Später, als die Sonne langsam unterging und er zurück zur Villa ging, traf er auf Armando, der im Garten saß und die letzten Sonnenstrahlen des Tages genoss. Matteo setzte sich zu ihm und lächelte. Wir haben wirklich etwas Großes geschaffen, oder? fragte er sanft. Armando nickte und legte eine Hand auf Matthäus' Arm. Ja, das haben wir. Und gemeinsam werden wir noch viel mehr erreichen. Sie saßen in der Abenddämmerung, Seite an Seite, erfüllt von der Gewissheit, dass sie, egal was noch kommen würde, die Welt ein kleines Stück besser gemacht hatten und dass ihr Vermächtnis weiterleben würde, in jedem Lächeln, in jeder Hoffnung und in jedem neuen Leben, das durch die